Musik Ihr habt gesehen, dass wir heute auch verraummäßig ein bisschen aus den Grenzen kommen. Aber wenn ihr mir jetzt versprecht, wir sind nächstes Jahr wieder dabei, dann gehen wir nach oben. Applaus In erster Stelle das Wort und in zweiter Stelle ich mache gerne Konzerte, wo ich weiß, dass die Menschen sind offen für... Weihnachten spricht ja von der Menschwerdung Gottes, von Jesus Christus. Und er ist es auch, der das Zentrum dieses wunderbaren Buches ist und in den Evangelien lesen von seinem Leben. Und Jesus war Mensch und hat die Zeit genutzt und viel gepredigt. Er hat viel über das Reich Gottes gesprochen, über das Unsichtbare und hat in die Bedürfnisse, in die Herzen der Menschen hineingestuft. Es ist ein Lebensstil. Es ist nicht nur ein Musikstil, sondern ein Lebensstil. Ich lebe nach dem Gesetz Gottes und das ist was der Gospel ist für mich. Ich habe das einfach nur in Musik und gebe das weiter. jetzt geht es nicht nur in die Diensten. Ich habe das einfach nur in den letzten Jahren gemacht. Das ist doch immer in die Diensten. Wenn ihr dann sagt, was ich will. Ich in den ganzen Matten, w Saltetet zu verhandeln. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains that Jesus Christ is born. Oh, I swim in the sky. I have to wait until it's gone. Angels we have heard on high, sweetly singing on the plains. And the mountains in reply, echoing their joyous strains. Lord, in excelsis Deo. Lord, in excelsis Deo. Lord, in excelsis Deo.